Drei Wörter, die du kennen solltest. Der Begriff beliebt beschreibt eine Person oder Sache, die von vielen Menschen gemocht oder geschätzt wird. Der Begriff belüftet beschreibt einen Raum, in den frische Luft hineingelassen wird, um für gute Luftzirkulation zu sorgen. Der Begriff belüftet beschreibt einen Raum, in den frische Luft hineingelassen wird, um für gute Luftzirkulation zu sorgen. Der Begriff bemerkenswert beschreibt etwas, das aufgrund seiner Besonderheit oder Bedeutung Aufmerksamkeit und Beachtung verdient. Der Begriff bemerkenswert beschreibt etwas, das aufgrund seiner Besonderheit oder Bedeutung Aufmerksamkeit und Beachtung verdient. Wenn du Beispielsätze mit diesen Wörtern benötigst, dann schreibe es bitte in die Kommentare. Ich werde dann entsprechende Videos erstellen.